so leute wir wünschen euch viel spaß mit unserem zweiten teil des 100 abo specials von mw3 multiplayer real life ich will es gar nicht um den heißen drei herum leben also nochmals vielen dank für jetzt mittlerweile schon 117 abonnenten danke und viel spaß bevor sie mich töten will ich noch eine granade zu werfen ich werde dich töten tu der serie noob er hat mich mit einem granatwerfer gekriegt ich werde diese youtube alle töten ja hey was ist denn los hier so hey wow ein feind warte 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 wieso können wir nicht die waffen beiseiten legen und in frieden und harmonie leben bitte lass uns in frieden harmonie leben also ich weiß nicht dass du da recht weg mit dem ding ja nein ich hab dich nur verarscht ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha stiuuuuuuuu Jetzt wo ich 25 Leute in Folge getötet habe, kann ich endlich auf diesen Knopf drücken. Es ist alles, was strahlt, aber wir machen weiter. Das war unser 100-Abo-Special. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da oder drückt auf das Trophys, um uns zu abonnieren. Das meine ich übrigens ernst, damit trollen wir euch nicht. Links unten gelangt ihr zum ersten Teil von MV3 Multiplayer Real Life, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und rechts unten gelangt ihr zu einem Black Ops Gameplay, in dem wir euch zeigen und erklären, wie man mit einem Ballistic Knife möglichst viele Kills macht. Ciao.